so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge volk 76 und ja hat ja eine folge erwähnt wie ich das jetzt handhaben und ja das sind wir eigentlich schon um einiges leichter was wir dann machen mal den rüstungsschmied den wärmer dann versuchen dann wir haben jetzt halt schluck wir haben jetzt drei stufen aufstiege wir sammeln aber mal noch bis level 20 die stufenaufstiege und dann versuchen wir mal den rüstungsschmied auf 3 zu kriegen heute kommen dann das schon dran bauen hast du nicht gesehen genau so machen das aber heute in der folge machen wir ein ungelöster fall ein ungelöster fall wird das angezeigt ist das hier greife ja genau da müssen wir hin so und zwar auch schnell reisen wie gesagt wir wollen ja auch schaffen wir könnten dann aber auch mal eine folge machen wo wir dann hier so mal ein bisschen erkunden gehen hier könnten auch noch erkunden gehen hier ist noch so was hier unten haben wir da noch was eigentlich haben wir so viel zu erkunden noch da unten noch was ich hier noch was ich hör doch mal auf heiko das macht dann alles später so und ich würde sagen wir poppen und dann auch hier hin zu wasserparken wir hatten ja in der folge folge also wie gesagt ihr habt ja gesehen das mal ganz gut grundgurken macht mit den gesammelten essen was die dosen angeht ne so mal gucken ob wir die waffe wir brauchen können oder auch nicht ich nehme mal lieber das noch nichts 10 mm wollte ich mal nutzen nachteil ist natürlich wenn man muss die beißsuppe haben wir müssen dann eventuell öfters nach hause neue herzustellen aber so schnell verdirbt das steht spricht jetzt mit warum steht da jetzt auf hier war es nicht mehr nicht mehr den natürlich nicht ja doch noch ein noch wie her jetzt hat er noch einer von euch wo wo denn wo müssen wir hin da noch eh doch jetzt muss man die nehmen da hinten ja da ich trau mich hallo öffentlich dabei immer mit der ruhe mit der rock was mit alle so bisschen auf den kopf so alles aber nicht die sammeln nein nein haben wir die eigentlich knappen das war skills wohnen ich wollte auch nicht mehr alles sammeln das ist alles noch ein bisschen ja rahmen scheinen brauchen wir nicht einfach mal der holz und holz wir gucken jetzt ein das war das aber nicht da ich meine ich glaube wir müssen nur wohnen auch Oh Oh glaube ich glaube muss man das jetzt alles nicht funktioniert muss man schon mal und zwar was muss man jetzt machen gibt die was gibt die holo holoband hinweise bieter immer vier hier Oh! Fekte Quest. So. Wollen Sie noch neidisch? Was ist es denn? Was für eine Überraschung! Ich will sie sehen! Bitte! Bitte! Wo ist sie? Ich glaube, deiner Nanny wird das nicht gefallen. Nehmen wir dir dann einen Ausfall ab, dann findet sie dich nicht. Und danach bringe ich dich zu der Überraschung. Was ist das für ein Geräusch, Jungs und Mädels? So, das scheint euch wie unten zu sein, ne? Jo. Hier runter, oder ist das außen unten? Klapp außen. Hä? Soll ich wohl noch ein Eingang sein. Ach ja. Okay. Oh. Rot. Gut. Doch, jeder darf. Doch, na so. Wie es war auch alles. Obwohl, ihr könnt es ja mitnehmen, ne? Man kann es ja verkaufen, ne? Schon gesagt hab, alles mitnehmen, alles verkaufen. Und am besten Mais anbauen. So, hier ist das. Wir gucken uns aber vorher noch mal um. So was brauchen wir sowieso. Sowieso. Ritz im Blei. Okay, das nehmen wir mit. Zahnrad. Oh, Zahnrad. So. 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 So, Sir. Willkommen in Waivey-Willards-Wasserpark! Wie kann ich Ihnen helfen? Na, hallo. Ich hab mich gefragt, wo der Kasten für die Post ist. Der, mit dem man die Sondermarke aufleben kann. Oh! Den tüten Sie beim Eingang zum Krokulossosmaß. Gleich da drüben. das müssen wir jetzt machen abgeschlossen die briefkasten und proben wasch mal hier oder fg und auch bei uns und natürlich wird er ja nehmen aber auch mit ich weiß im 14 jahr vielleicht vielleicht auch mal weg nachher ja hier dünge mittel bekommt doch bitte ok roulater leute ok roulater zwar ist das eine schöne waffe ist eigentlich sehr schön ja schön wenn man sie gepimpt hat ja müssen wir sehen vielleicht verkaufen muss auch mal sehen oder jemand spürt das spiel und eigentlich mit gewicht und ich bin von euch wenn ich so ich würde eigentlich mal gucken so was schönes und plastik natürlich plastik natürlich jetzt haben wir auch plastik natürlich und stoff mehr kurz lebt und stoff brauchen eigentlich zum zum rüstung ich glaube da haben wir schon eigentlich genug das ist genug genug kann man nie haben aber jetzt mit schleifen schleppen wir sind schon da dort meine ich die hat aber auch keine welchen wie hier ach hier ist viel metall aber ja das kriegt man alles schon hin wie jetzt mal kakalaka 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 wo wo so ok 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 ach müssen dicke laufen aus dem bleiband naja plastik ja mitnehmen plastik und denn da hin hoch oder was ja eine achterbahn da glaube ich mal acht haben müssen wo hier ist euch was ich wo achte so einmal nehmen wir mit wir sind überladen abgelaufen ob der hirsch ist abgelaufen nur post ist nicht hier aber ja oder da und da aber ich würde sagen das machen der nächsten folge sagen wir können noch ein bisschen okay tun wir noch treffen guck dich nicht an guck mir ihn an guck mir ihn an auf wir wissen uns hier wir haben schon bald bessere waffen gut ihr lieben mich verzeigen ja die folge und wir machen dann in der nächsten folge weiter somit bedanke ich mich vor zu sehen für eure bedaure für eure likes mega daumen an euch und tschüss